Hallo und Frieden sei mit euch, Freunde! Heute reden wir darüber, wie unrealistisch die Geschichte der Hadith-Niederschrift von Bukhari ist. Einer der wichtigen Gelehrten aus dem Mittelalter oder aus dem frühen Mittelalter ist Ibn Hajar al-Asqalani. Er ist die Grundlage für die Hadith-Wissenschaften, also die Wissenschaften, wo es darum geht, dass man eben Aussprüche einordnet, klassifiziert, im Inhalt bewertet oder die Überliefererkette und so weiter und so fort. Ibn Hajar al-Asqalani lebte oder wurde geboren im 14. Jahrhundert, starb im 15. Jahrhundert. Er war ein Qadi von Ägypten, also ein ranghoher Beamter, der vorsitzende Richter und seiner Ausbildung war schafiitisch geprägt. Am Anfang des 15. Jahrhunderts schrieb Ibn Hajar an seinem berühmtesten Werk Fath-ul-Bari, Sharjah Sahih al-Bukhari. Bukhari ist die wichtigste Quelle neben dem Koran für die Sunniten, weil er angeblich nur authentische Aussprüche enthält. Das heißt, Aussprüche, von denen wir angeblich sicher sein können, dass sie wirklich so von Propheten geäußert wurden oder dass die Geschichte über den Propheten stimmt. Jetzt seht ihr einen Ausschnitt aus dem Werk, aus Seite 9 von Fath-ul-Bari, wo gewisse interessante Aussagen stehen. Ich werde das jetzt nicht vorlesen. Ihr könnt den Araber eures Vertrauens fragen oder sonst eine Übersetzung holen, aber ich werde das kurz zusammenfassen, wo ich finde, dass das wirklich unglaubliche Aussagen sind. Erstens, er schrieb nur 3.000 Seiten. Zweitens, der Grund für seine Sammlung ist ein Traum, worin er den Propheten sieht. Drittens, vor jeder Niederschrift wusch er sich, also er machte Voodoo, die rituelle Gebetswaschung, und betete zwei Raka, also zwei Einheiten. Viertens, aus 600.000 Aussprüchen wählte er gerade mal 1% aus. Also, um es genau zu sagen, er siebte 592.725 Aussprüche aus und den Rest betrachtete er als authentisch. Fünftens, und das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt, er schrieb nicht einmal alle authentischen oder sahih Überlieferungen auf, sondern ließ noch weitere aus, weil er befürchtete, wenn er alle aufschreiben würde, dass das Buch sehr groß und sehr lang werden würde und für die Menschen viel zu schwierig sei, um zu verstehen. In anderen Worten bedeutet dies, dass Bukhari nicht einmal alle authentischen Überlieferungen niedergeschrieben hat, sodass wir nicht die gesamte Wahrheit kennen. Wir müssen zuerst ein bisschen genauer sein, also wir müssen ein bisschen so herausfinden, wie können wir das überhaupt bewerten, also beginnen wir einfach mal mit den einfachsten Annahmen. Sagen wir, Bukhari besaß eine außergewöhnliche Menschenkenntnis, das heißt, er konnte einfach dorthin die Person treffen, und er wusste in kürzester Zeit sofort, okay, diese Person ist zuverlässig, diese Person ist weise, diese Person ist bei Verstand und hat ein sehr gutes Erinnerungsvermögen. Darüber hinaus gehen wir auch davon aus, dass er sehr schnell reisen konnte, das heißt, er verlor nicht viel Zeit, er hat seine Route so eingeplant, dass er wirklich wusste, okay, wenn ich zuerst hier gehe und dann dort und dann diese Person suche, dann verliere ich nicht so viel Zeit. Und gleichzeitig diskutiert er auch nicht lange mit den Personen und der nächste Punkt, der nächste wichtige Punkt ist auch, Bukhari hatte seine Hadith-Klassifizierung, also seine Methodik, wie er die ganzen Sachen wirklich komplett durchleuchtet, bereits perfektioniert, das heißt, er musste sich da nicht mehr drum kümmern. Nehmen wir mal an, dass er für die Überprüfung der Überliefererkette, also der Isnet und für die Überprüfung des Inhalts, also der sogenannten Matten und das Reisen, das Beten, die Waschung und so weiter und so fort, dass er all das innerhalb von einer Stunde, also durchschnittlich einer Stunde erledigte. Wenn wir jetzt also 600.000 Aussprüche nehmen, dann haben wir 600.000 Stunden und bei 600.000 Stunden haben wir dann umgerechnet, ein Tag hat 24 Stunden, haben wir also 25.000 Tage. Jetzt 25.000 Tage, was bedeutet das? Das sind irgendwelche Zahlen. Wir müssen das in Jahren mal anschauen. Deshalb kommen wir dann bei der Rechnung auf 68,5 Jahre. Wie kann man sich das vorstellen jetzt? Man sollte mal sich darüber Gedanken machen, dass er dabei weder schlafen durfte noch beten durfte, also sonstige Gebete, weil er war ja Moslem, also auch nicht fasten, nicht pilgern, sonst nichts machen, also auch nicht studieren und er musste Arabisch lernen, er war ja selber kein Araber. Das heißt, all das konnte er nicht machen, er hatte sich nur um die Hadith-Niederschrift zu kümmern. Jetzt ist aber sehr interessant herauszufinden, dass Bukhari selbst laut geschichtlicher Überlieferung nur 60 Jahre gelebt hat, von 810 bis 870. Aber sein gesamtes Leben reicht ja nicht aus. Und dabei haben wir jetzt nicht mal erwähnt, dass er noch andere Bücher geschrieben haben soll, dass er noch andere Sachen gemacht hat und so weiter und so fort. Und deshalb ist es so unglaublich unrealistisch, wenn man davon spricht, dass er sage und schreibe 600.000 Aussprüche gesammelt hat und aus diesen 1% aussortierte. Vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt und falls ihr euch mehr Videos über islamische Aufklärung wünscht, Klarstellung von Missdeutungen und dergleichen, dann abonniert doch den Kanal. Und falls ihr Fragen habt, Anmerkungen oder Vorschläge für die nächsten Videos, wir werden in nächster Zeit einige Videos produzieren, so Gott will, dann schreibt es doch unten in die Kommentare, wir werden so Gott will darauf eingehen. Und denkt dran, Islam, also Gottergebenheit auf Deutsch, bedeutet Vernunft und Hingabe. Friede sei mit euch!